Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute mal ein kurzes Video, was wir aktuell für Domains haben. Wir sind ja kein Domain-Handelsportal im Kerngeschäft, sondern Kerngeschäft ist der Markenhandel. Domains machen wir ja so mit, weil es einfach irgendwie thematisch dazu passt. Aber ich staune dann immer, welche Domains wir bei uns im Portal auch gelistet bekommen. Und ich will mal, weil heute der 7. Juli ist, auch mal sieben Stück kurz vortragen. Weil ich meine, die klingen einfach gut und da kann man doch eigentlich richtig was draus machen. Also, die erste ist zum Beispiel derwracktaucher.de. Ja, ist nicht für jeden was, aber der Wracktaucher ist ja mal was anderes wie 0815 und Waldwiesendomain. Dann die Grillnerds, nur grillnerds.de und com. Für alle, die gerne mal was gegrilltes, Grills oder Grillzubehör anbieten wollen. Coole Domain. Dann markenautos.de. Das waren jetzt schon 3. Jetzt die 4. Elektrobike.de und elektrobikes.de. Vielleicht für einen Online-Fahrradvertrieb oder Zubehörvertrieb. Das war die 4. Jetzt die 5. baby-ausstattung.de. Ja, da geht doch bestimmt auch ein schöner Online-Shop. Und Nummer 6. kids-outlet.de. Ja, geht doch auch ein schöner Online-Shop, oder? Und als letztes, für alle, die sich mit dem Thema Lebensmittel, Bio-Lebensmittel auskennen und zu tun haben, biete ich an bio-kult.de und bio-kult.com. Ja, das war mal nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Ich denke, die hören sich alle gut an. Dann kann man aus allen was machen. Und das Schöne ist, die kosten alle, soweit ich gesehen habe, unter 1000 Euro, teilweise nur 500. Ja, also für 500 Euro so eine Domain kaufen und dann gleich einen Shop aufsetzen, ist doch cool, oder? Alles klar. Soll es für heute gewesen sein, zum Freitag, 7.7. Damit ist die Woche vorbei. Aber unsere Videos nicht, denn es gibt auch am Wochenende wieder nicht nur die Marke des Tages, sondern es gibt dann wieder thematische Videos zu Marken. Das Thema morgen habe ich noch gar nicht auf dem Schirm und geplant. Das fällt mir dann spontan ein. Aber Sonntag, Sonntag gibt es wieder die Marke vom Markenfriedhof. Jo, dann genießt euer Wochenende. Ich freue mich, wenn ihr auch am Wochenende wieder dabei seid, das ein oder andere Video anschaut. Oder auch genauso, wie ich gespannt seid, wie denn das neue Video sein wird. Und ja, dann entlasse ich euch hiermit und danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bis denn, Servus, ciao, ciao.